Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Die CDU sieht den aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung als TASH, DDE-SCH, an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit. Die Diskussionen um den Entwurf haben in den letzten Wochen zugenommen. Insbesondere die CDU hat den Entwurf scharf kritisiert und als verfassungsmäßig kritisch bezeichnet. Diese Einschätzung löst erhebliche Kontroversen und Diskussionen innerhalb der politischen Landschaft Deutschlands aus. Die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, sieht vor, dass die Bundesregierung nur in Ausnahmefällen von der Begrenzung der Neuverschuldung abweichen darf. Laut Merz liegt kein solcher Ausnahmefall mehr vor, weshalb der Entwurf nicht verfassungskonform sei. Unterstützt wird die CDU-Kritik durch eine Stellungnahme des Bundesrechnungshofs, der ebenfalls Bedenken bezüglich der Haushaltsdisziplin äußert. In einem Bericht heißt es, dass die geplanten Investitionen zwar notwendig seien, die Finanzierung allerdings auf soliden und nachhaltigen Grundlagen basieren müsse. Eine zu hohe Neuverschuldung könne zukünftige Generationen erheblich belasten und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Staates einschränken. Der Koalitionspartner SPD verteidigt den Entwurf und weist auf die außergewöhnlichen Umstände hin, die durch die Pandemie entstanden sind. SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich betonte, wir müssen jetzt investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern. Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen und es wäre ein Fehler, jetzt den Gürtel enger zu schnallen. Mützenich argumentiert, dass die Schuldenbremse flexibel interpretiert werden müsse, um auf außergewöhnliche Krisen reagieren zu können. Auch wirtschaftswissenschaftliche Stimmen haben sich zu Wort gemeldet. Der Wirtschaftsexperte Prof. Dr. Lars Feld von der Universität Freiburg gibt der CDU teilweise Recht, sieht aber auch die Notwendigkeit für Investitionen. Die Schuldenbremse ist ein wichtiges Instrument, um langfristig solide Staatsfinanzen zu gewährleisten. Gleichzeitig sind aber gezielte Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Landes unverzichtbar. Der politische Streit um den Haushaltsentwurf dürfte in den kommenden Wochen weitergehen und die Verhandlungen im Bundestag werden mit Spannung erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob die Regierung bereit ist, Änderungen am Entwurf vorzunehmen, um die Bedenken der CDU und anderer Kritiker auszuräumen. Quellen Deutsche Presseagentur, DPR-Bundesfinanzministerium, Stellungnahme des Bundesrechnungshofs. Stellungnahmen führender Wirtschaftsprofessoren. Autor Anita Farke, Mittwoch, 17. Juli, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.